Es geht weiter mit Subnautica. Heute wollen wir den Zyklopen bauen. Da fangen wir direkt an. Unfassbar geile Base schon am Start. Wir haben viele neue Sachen freigeschaltet. Unter anderem hier das Blutöl. Zuchtbecken hat auch schon ein paar geile Viecher drin. Krebs hat jetzt einen Bohrarm und einen Greifarm. Greifarm? Haken? Greifhakenarm? Irgendwie sowas. Und den nächsten Step, den wir jetzt machen, ist einen Zyklopen zu bauen. Ja, Subnautica, Best Survival Game. Ist wirklich so. Kann ich das hier irgendwo sehen? Zyklop, da. Klarstahl, easy. Emaliertes Glas, easy. Schmierstoff, Blei, erweiterte Kabelsatz. Alles easy. Machen wir. Oh, wird aber gut kosten. Ich glaube, wir brauchen nochmal einen Pürscherzahn für das emalierte Glas. Aber das ist ja schnell gemacht. Es gibt noch keine. Ach, weil ich gerade connected habe erst. Okay, dann machen wir den anderen Stuff zuerst. Wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Was ist denn jetzt hier? Warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken hier. Für dicken Progress. Was war nochmal sick, was ich mir gedacht hatte, was wir bauen wollen. Kyanid habe ich zum Beispiel noch nicht. Und Nickel-Erz. Ja, Nickel-Erz. Die Höhle unter mir. Okay, da wollen wir heute auch hin. Da gibt es geilen Stuff. Tischkoralle, Gold, Kupferdraht. Kupferdraht, Tischkoralle und Gold. Habe ich die Koralle noch hier? Oh, habe ich keine Korallen mehr? Nö. Komm schon, eine Tisch. Kann ich die auch anbauen? Come on. Klar, steuern. Wie viel brauchen wir davon? In dem Stahl? Zeige mal. Drei. What? Muss das so teuer sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Perfekt. Zwei Lithium. Zack. Aber gut, wir haben es. Wir haben es in der Vergangenheit schon gefarmt alles. Steuernbarren, Barren, Barren, Kupfer und Dis. Wir brauchen Pirscherzahn und... Was habe ich nochmal gebraucht? Tischkorallenprobe und der Zahn. Koralle und der Zahn. Ich check das nicht, wieso ich das jetzt hier nicht anzeigen lassen kann. Zahn, hast du doch? Kein Zahn mehr hier. Das wüsste ich. Wir gehen los und holen den. Zahn und Tischkoralle. Zahn findet man nicht random, das nervt. Tischkoralle weiß ich jetzt auch nicht, wo ich das herkriege hier in der Nähe. Also wenn hier von was eine Tischkoralle ist, wäre das schon lecker. Was? Kann ich die irgendwie anpflanzen? Nee, ne? Das war jetzt wirklich nun mal sehr chillig. Ich will dem Hai Schrott geben. Hier sind doch überall diese Riesenhaie mit Schrott. Die leben doch hier. Aber selbst wenn da die Haie lasst, das ist ein Pirscher. Und der muss Metall fressen. Dann lässt er einen Zahn fallen. Ah, das ist jetzt nervig. Das müssen wir mit dem Scanner finden. Ich zeige euch mal die Höhlen, die wir heute rein... Gibt es gerade keine Mission, ne? Das ist meine Basis. Es gibt gerade nichts, wo ich hin muss. Hier geht es später abartig tief rein. Das ist crazy. Das ist direkt unter meiner Basis. Da war ich einmal kurz drinnen, aber dann wieder raus. Kann ich die Tischkorallen auch anpflanzen? Ah, ist es gerade Nacht? Das wäre natürlich chillig. Dann kann ich schlafen gehen. Dann lassen die ganz viele Zähne fallen. Let's go! Wie chillig ist mein Schlafspot? Sehr chillig. Ach stimmt, ich habe ja einen neuen Code bekommen. Pirscherzahn. So, jetzt aber. Guck mal, da ist schon einer. Let's go! Ich muss uninfizierten die Alien-Base, aber ich weiß nicht, wie ich die Infektion wegkriege. Ja, der Scanner ist so geil, OP. So, jetzt emailliertes Glas. Wo ist hier Quarz? Nein, Quarz wieder alle? Ich hatte doch ganz viel Quarz. Ein? Ein Quarz? What the fuck? Hoffentlich reicht das. Wie viel emailliertes Glas brauche ich? Drei! Holy shit! Zyklop schon gebaut. Nein, man braucht gigantisch viele Ressourcen dafür. Aber meine Solarpanels finde ich auch so geil. Geil, ich will davon noch mehr machen. Ein emailliertes Glas noch. So, was brauchen wir nun noch? Schmierstoff und Blei nur noch. Geil, das ist easy. Blei. Schmierstoff habe ich auch noch irgendwo ein. Schmierstoff, Schmierstoff. Da, reicht ein Schmierstoff? Ja. Oh, ich habe alles. Ab nach oben. Zyklop, das letzte Fahrzeug wird gebaut. Oh, da habe ich Bock drauf. Zyklop. Großes Tauchboot für industrielle Anwendungen. Halt's Maul! Das Ding ist so groß wie meine Base. Das ist so groß wie ein Wal! ...operated by a three-person crew. Only experienced Helms people should attempt to pilot this vehicle solo. Fuck. Hä? Ich bin so groß wie ein Riffrücken. Dafür kann ich aber keine Tauchbasis bauen, oder? Digga, hä? Das hat so viele Energiezellen. Das ist ja gefühlt eine neue Base. Brauche ich meine Base jetzt noch, oder kann ich komplett in diesem Ding leben? Ich kann da drinnen Spind bauen? Wo ist denn der Vorratsraum hierfür? Kann hier Beete und Spinde reinbauen? Aber wo ist denn der... Wo ist denn der... Wie viel Speicherplatz hat... Wo ist denn der Vorratsraum? Oder hat es das noch nicht? Doch, muss er doch haben. What the fuck? Was hat das Ding alles? Fieeneffizienz, Hildgenerator, Sonar, Feuerlöschanlage, Ladeschachterweiterung. Ladeschacht? Ja, wo ist das? Kein Fahrzeug angedockt? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Vorrat ansehen. Kann ich den Krebs hier reinpacken? Kann ich einfach jetzt den Krebs hier drauf zusteuern, dann saugt ihr den ein? Oh mein Gott. Kann ich hier sogar die Module einsetzen? Ich kann hier sogar in den Frachtraum. Hä, was kann ich denn hier nicht machen? Das ist einfach eine neue Base. Du kannst auf den Zyklopen Solaranlagen... Never. Ey, das ist jetzt einfach... Das ist die dreiste Lüge. Ich kann auf den Zyklopen Solaranlagen bauen, das ist gelogen. Ja, Lüge. Frech. Okay, dann würde ich jetzt sagen... Was war nochmal der nächste Auftrag? Ich hab einen neuen Code bekommen, ne? Soll ich einfach nach unten? Ich geh einfach mit dem Krebs nach unten rein. Geh mit dem Krebs in die Höhle. Krebs oder Motte? Was ist geiler? Krebs sagen alle. Ab geht's. Es geht los, Leute. Wir gehen endlich in die Höhle unter meiner Base. Und rein da. Zeit, übel zu rich zu werden. Hier kann ich nichts töten, ne? Das würde ich nämlich scheiße finden. Geht auch gut los. Was bist du? Silbererz! Da leckt mich doch. Ich hab null Silber. Ich brauch unbedingt Silber. Riesiges Silbervorkommen. Vor meiner Haustür. Aber jetzt nochmal gefragt. Im Krebs kann ich hier nichts töten. Ey, ohne Witz so viel Silber hab ich noch nie gehabt. So, noch was? Hä, wieso brot der immer weiter? Oh mein Gott, was bist du? Was bist du? Du bist jetzt aber nicht Gold, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Gold hab ich genug. Ich will meinen Speicher nicht voll machen. Vielleicht find ich noch mehr Silber. Lithium. Das sind die so laut. Ich geh gleich mit meinem Buben in die Fresse. Geh. Alter, der Aal greift den Sandhai an. Cool. Lithium, wichtigste. Warum? Find ich nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist komplett neu. Was? Oh, hier geht's echt noch gut tief rein, ne? Meine Fresse. Was ist das? Geht einer geschrieben, Lithium ist das Beste. Warum? Ich hab eigentlich viel Lithium. Ich hab ja ganz viel Stauraum extra mitgenommen, ne? Ich hab einen riesen Vorrat. Oh, er ist voll. Magnetit. Das ist das Beste, oder? Ja, ich brauch unbedingt Nickel. Die großen nächsten Steps wären Nickel. Aber das hab ich noch nicht gefunden. Das versteh ich nicht. Wo war denn jetzt der Eingang? Schnauze. Alter. Das macht Damage. Das macht Damage. Boah, Alter. Ich hab den Bohrer in seinen Maul gesteckt. Wahnsinn. Wo bin ich denn gekommen? Hä? Das sieht alles anders aus wie vorher. Schieß. Gott, wie viel Delay hat das Ding manchmal. Ihr habt gesagt, ich komm hier nie wieder raus. Seid ihr bescheuert? Oh, clean. Oho. Viel zu clean. Boom. Fast super clean. Lass mich mal ganz schnell einen neuen Spint bauen. Das sind ja ganz wertvolle Ressourcen. Neuer Spint. Titan. Bauhammer. Ist ja kein Bauhammer, aber er weiß sofort, was gemeint ist. Zack, 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 zack. Zack, auf drei. Auf drei. Bauen. Spint. Passt hier noch einer hinweg? Nö. Du hast noch den Code. Ja, lass den Code machen. Wurste wieder zur Aurora, ne? Da nehm ich nochmal eine Batterie mehr mit. Dann machen wir das. Ab zur Aurora. Hab ich alles dabei. Laserschneider? Check. Reparatur? Check. Taschenlampe? Check. Scanner? Check. Ersatzbatterie? Check. Staselgewehr? Check. Selbertaucher? Check. Messer? Essen und Trinken? Nicht check. Komm mal her. Muss ich unbedingt essen, sonst kann ich nicht los. Komm schnell her. Super. Du auch? Ich muss euch... Ne, du bist radioaktiv, oder? Ne, doch nicht. Hey, 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 lass dir mal in Ruhe da. Den muss ich hier schnappen. Du auch. Scheiß drauf. Du leuchtest, ich esse dich trotzdem. Oh, guck mal hier. Welche Mahlzeit ist hier oben? Versammelt. Oder sowas. Messer? Messer? Nein. Oh, ich bin da noch scheiße drin. Alles wegwerfen. Ja, die sind halt instant gebraten, ne? Ich lege euch einmal in Salz ein. Mega entspannt zum Zuschauen, ja. Helm gegen die Strahlung? Nö. Freie Schutzzell muss ich mitnehmen. Aber da ist doch... Ich hab doch alle Legs gefixt. Schub kann ich auch nicht dabei. Wie los? Scheiße, er hat mich gerettet. Danke. Schön viel Salz. Salzfabrikator, Essen, gepökelte Nahrung. So. Die Club und Motte? Nö, das ist doch unnötig. So lange wollen wir doch jetzt nicht uns da aufhalten. Kein Helm. Hab ich auch gesagt. Ist doch gefixt. Das Game sieht schon sehr gut aus. Wir haben das echt geil hingekriegt, so das Wasser mit den Wellen und so die Oberflächen, wie das Licht spiegelt. Ich meine, das ist schon ein bisschen älter, das Game, ne? Finde ich. Das hat kein anderes Game so gut hinbekommen. Das Wasser hier oben? Über sick. So, wie war der Code aus dem PDA? Dann jetzt hier mit Mechanics hier schon reinfahren. Oh, scheiß Mechanics. Hätte ich schwören können, dass passt. Ich weiß aber gar nicht, wo ich den Code einsetzen sollte. Da rein, wieder wie letztes Mal oder höher? Dann nach oben. Es gab ja zwei Wege. Der obere Weg. Ach, ich komme sogar zum gleichen raus, ne? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin oder wo das Tor war, ne? Wisst ihr das noch? Ich kenne die hier eigentlich auswendig. Aber ich erinnere nicht mehr, wo eine Tür übrig war. Oh, sowas Großes hier. Das wäre ja huge. Kann ich hier rein? Ne, ne? Da weiß ich echt nicht, wie es weitergeht. Seemotten, Dock, Maschinenraum. Also da ist Seemotte. Das brauchen wir nicht. Dann gehen wir mal hier links. Aber dann hätten wir auch den anderen Eingang nehmen können. Krebs, Dock, Umkleideraum. War ich halt überall schon. Ich erinnere keine Tür, wo ich nicht reinkam. Oh, hier? Oh, was? Code, 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 Code. Den haben wir schon. Steht im PDA. Oh mein Gott. 2, 6. 7, 9, ja. Nein. 7, 9. Oh mein Gott. Let's fucking go. Aurora-Miniatur. Terra-Zentrale. Letzte aufgezeichnete Frage. Neptune-Rettungsrakete? Wahnsinn. Logbuch des Käpt'ns? Dieser Satz vom Bauplänen wurde von der Terra-Zentrale speziell dafür entwickelt, dich von weg zurück zum nächsten Phasentour zu bringen. Die Baupläne enthalten fünf Elemente, die immerhin von einer Reihe konstruiert werden können. Aber wo finde ich das jetzt? Irgendwo auf Ja drücken? Ich kann jetzt direkt die Rakete bauen. Instant. Nein. Muss erst mal die ganzen Bauteile finden. Aber vielleicht geht jetzt die Story weiter. Vielleicht kriege ich jetzt eine Ansage. Jetzt gehe ich hier wieder raus, ne? Das war's. Das ist schon stark. Aber wenn ich jetzt diese Rettungskapsel hätte, bringt das nichts. Ich würde ja sofort getötet werden. Alles, was auf diesem Planeten wegfliegen möchte, wird von diesem Laser-Ding getötet, weil nichts auf den Planeten darf und nichts darf den Planeten verlassen. Das heißt, ich setze mich nicht da rein. Eine Neptun-Startplattform. Die Startplattform kann ich schon bauen, aber das bringt nichts. Ich muss meine Krankheit heilen. Ich muss nicht infiziert sein, dass ich die Waffen ausschalten kann. Wir müssen wieder in die turbotiefe Höhle. Da war 800 Meter. Und ab 800 Meter gibt es Nickel. Das heißt, wir müssen dahin, wo wir gestern waren. Ich habe da keinen Nickel gefunden. Ich könnte jetzt den Krebs im Zyklopen einlagern und mit den Zyklopen dorthin fahren. Aber wenn ich im Krebs bin und da sind diese scheiß Warper, die ziehen mich doch aus dem Krebs raus. Mit der Seemotte bin ich schnell genug und kann wegfahren. Der Krebs ist zwar viel mehr tanky, aber ich kann nicht abhauen. Trotzdem Krebs. Krebs ist zu wichtig da unten. Wenn ich die Warper aus dem Krebs hole, bin ich halt einfach tot. Ich brauche Nickel und kristalliner Schwefel. Ich brauche Schwefel und Nickel. Auch hier brauche ich Nickel. Krebs-Forpedo-Arm. Könnte ich bauen, aber ist nicht so stark. Und Standarddinger. Rumpfpanzerung. Wollen wir eine Rumpfpanzerung machen? Lass machen. Drei Titan, vier Diamanten und Lithium. Drei, vier, eins. Drei Titan, vier Diamanten und Lithium. Drei Titan, eins, zwei, drei. Vier Diamanten. Eins, zwei, drei, vier. Und ein Lithium, zack. Krasse Ressourcen. Haben wir alles unendlich. Ressourcen habe ich viel. Rumpfpanzerung. Ich habe echt Angst, dass die mich da töten. Das wird schon brutal. Erweiterungsmodul, Panzer, zack. Komplett gepimpt da. Super viel Frachtraum, gute Rüstung. Rein da. Clean. Okay, alle Lichter an. Zack, zack. Kann ich hier drinnen irgendwie Strom erzeugen? Kann ich aus Beeten Früchte herstellen, Bioreaktor antreiben und dadurch die Energien aufladen? Nee, ne? Das kann ich alles drinnen nicht bauen. Nimm eine Boje mit. Stimmt, wie nervig. Das habe ich immer noch nicht, ne? Signalboje. Habe ich bis heute nicht einmal gefunden, ne? Ich habe die nicht. Ich habe die scheiß Signalboje nicht. Dafür könnte ich mir so eins in die Fresse schlagen. Wie kann das sein? Das kann ich seit Beginn des Games finden. Wie kann ich das markieren? Wo muss ich nochmal hin? Kann ich irgendwie die Kapsel nochmal markieren? Ganz schnell nochmal. Welche Rettungskapsel war das? Da brauchen wir jetzt mal einen geilen Typen. Rettungskapsel, Tiefenmodul sagen alle noch. Oh, echt jetzt? Kann ich den Bums hier upgraden. Wo war nochmal das Upgradding von dem Zyklopen? Ah, hier. Rubin und Plastahl. Dann kann ich einmal tiefer tauchen. Dann lass das doch machen. Okay, wie viel Rubin brauchte ich? Ganz schnell einmal gesagt. Bam, Plastahl, ein Rubin. Drei Rubine. Mehr kann ich auch nicht tragen. Okay, jetzt haben wir alles, oder? Ne, wir sind doch gar nicht gebaut, das Modul. Tiefenmodul, Stufe 1. Cool. Jetzt kann ich 900 Meter tief. Super, jetzt geht's los. Krass, hier wird ja einfach Beete. Und die Krebs dabei. Wie tief ist das? Das müsst ihr schaffen, ne? Locker. Ja, schon geil, so ein Riesending, ne? Aber hier drinnen können mich jetzt Warper nicht holen. Erstmal zur alten Base, stimmt. Welcome aboard, Captain. Alter, meine alte Base, wie cool. Die war auch cool am Anfang. Zyklop-Maschinen-Effizienz-Modul. Super. Kartoffel und Knollenbaum. Oh, mal mitnehmen, kann ich auch einpflanzen. Medi-Packs, kann ich auch mal alle mitnehmen. Brauche ich hier ja nicht. Oh, noch eine Batterie sogar. Auch nice. Hey, die alte Base, die Base taugt ja noch richtig zu was. Wir sind verfault, ist egal. Ich kann die doch trotzdem einpflanzen, oder? Das ist noch das andere Energie-Modul einsetzen. 1600 Meter. Was heißt das? Feuer. Was für eine Scheiße. Hä? Man darf nicht länger als 20 Sekunden Vollgas fahren. Das ist mir hier fast, ich weiß nicht, ob ich da unten drinnen wenden kann. Und ich weiß nicht, was da drinnen ist. Ich würde von hier mit dem Krebs weitergehen. Smart? Speichern. Ich bin ohne Licht gefahren? Lost. Boah, das ist schon krass, soweit hier unten zu sein jetzt, ne? Wie geil hier die Bäume aufwachsen. Kein Maul. Geil. Jetzt in den Krebs. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Nickel und Schwefel. Ha! Ey, wie heißt der Typ aus Overwatch? Der jemand mit seinem Haken ranzieht und dann mit einer Shotgun tötet? Kristallines Uranit? Ne. Das ist doch bestimmt Strahlung, oder? Kann ich das in den Krebs packen? Nehm mit für Atomreaktor. Aber das verstrahlt mich doch. Kristallines Uranit. Das killt mich nicht. Dann nehme ich ein bisschen was mit. Dann tue ich das direkt in den Dings rein. Ne, ich kriege Strahlengeräusche. Da ist das Uranit. Ja, Uranit. Und das ist... Ah! What? Das sind alle Updates. Alle. Ich kann jetzt von jedem das letzte Modul bauen. Willkommen im Late Game. Das ist es. Für Schwefel und Nickel bist du ein kleines Stück zu hoch. Ja, am Arsch. Gelogen. Ich nehme jeden einzelnen Nickel. Hau doch ab. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal die Schnauze haltet? Du bist schon tot. Guck mal. Das passiert, wenn ihr herkommt. Jetzt kann mich nichts aufhalten. Ich brauche nur noch Schwefel und dann war es das. Was bist du? Blei? Ja. Blei haben wir auch gut. Ah, was ist das? Ih! Kristalliner Schwefel. Kann der mich töten im Krebs? Das sieht irgendwie aus wie ein Endgegner. Kommt der zu mir? Der kommt zu mir. Bohrerangriff. Was soll ich dagegen machen? Ich kann mir nur Schwefel holen, wo dieser Idiot ist. Das verstehe ich nicht. Wer bist du denn? Piss dich vor meinem Krebs. Totgeburt. Meine Fresse, Alter. Was ist das für eine kleine Schwefelhöhle? Ist hier so ein Ding zum Abbauen? Titan. Nee, Titan ist doch voll scheiße. Grabben. Bohren. Kommst mir nicht weg. Alter, ich gucke mal, wie ich den... Du bist tot. Schade, dass der Krebs nicht den Mittelfinger zeigen kann. Halt, Mau. Ich bin so tief, wie ich noch nie war. Ich bin schon quasi so einen Abgrund runtergesprungen. Und jetzt kommt dann nochmal so ein Abgrund. Was machen wir? Da komme ich auch nicht mehr raus, wenn ich da drin bin. Ich bin doch schon bei 700 Meter. Da unten bin ich locker unter 900. Da bin ich sofort tot. Als ob ich nur ein so Nickel-Vorkommen gefunden habe. Was ist das hier? Nickel-Erz. Max, gib es zu. Du hast schon ziemlich oft Angst, dass du das Nickels machen. Ich habe jetzt schon so viel Nickel, Erz und Schwefel. Ich will das nicht verlieren. Was ist das hier für eine Höhle? Das merken wir uns. Wir kommen nochmal wieder. So gerockt. Wahnsinn. War ich eines einen Uhr? Kacke, wir haben uns zu lange gemacht. Nächstes Mal bauen wir mit den ganzen Dingern. Kannst du alles in die Schränke laden und gleich nochmal los. Okay, nächste Folge. Ich tue alles in die Schränke vom Krebs und von mir. Und dann springe ich diesen Turbo-Abgrund runter. In der Hoffnung, dass das nicht mehr als 900 Meter tief ist. Und dann nehmen wir alle Ressourcen auch noch in der nächsten Folge und bauen alle Turbo-Ultra-Upgrades, die wir machen können. Alles für den Zykloten. Das Ding wird auf Vordermann poliert. Das wird richtig geil. Gespeichert? Ja, dreimal schon, ne? Verlassen. Boah, das Game ist echt geil, Mann.